Meine Damen und Herren, liebe Pelikaner, Willkommen zurück zu Dust. Hier TDRF LPO als Ding am Start. Wir sind beim Dorf. Wir werden hier jetzt mit unserer Vergangenheit konfrontiert. So wie beim letzten Mal schon. Jetzt gucken wir uns das noch einmal an. Das ist unser Kollege. Was? Nein, unmöglich! Cassius! Was? Was hast du mich? Wer bist du? Was hast du in diesem Ort? Du... Du bist tot! Nein, nein, das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, was du du bist. Damage einfach gemacht hat mit einem Hit. Die Sau! Ich bin hinter mich. Inakzeptabel, sowas, Leute. Das ist wirklich inakzeptabel. Von hinten zweimal so schnell anzugreifen. Ich bin der Hauptheld. Ich kann zweimal von hinten schnell angreifen. Aber nicht ihr. Ihr seid nur einfache Wachen. Ihr steht unter mir. Ah, warum wollen wir Sneakers machen, Alter? Kleine Bastard, Alter. Ich bin schon wieder getrackt, motherfucker. Getrackt, Son. Warum, warum zerstörst du so ein wunderschönes Ort? Wir wollten nichts davon. Ich muss mal gucken, ob meine Kamera überhaupt an ist. Ladies and gentlemen, willkommen zurück. Mein Schwester ist natürlich abgekackt, als ich probiert habe, zu gucken, ob meine Webcam überhaupt an ist. Und ja, wir sind jetzt wieder zurück im Geschehen. Es ist nichts Spannendes passiert. Ich habe einfach, ich muss die Scheiße einfach nur nochmal machen. Und ich bin wieder zurück im Business. Wir sind jetzt im Dorf Zepplich. Es sieht aus, dass dieses Ort schon seit einigen Zeit lang verletzt wurde. Ein Jahr, eigentlich. Hä? Wie kennst du das? Das war Gingers Stadt. Ich war hier, ein Jahr vorhin. According zu Fuse, according zu Ginger, habe ich alle in dieser Stadt geholfen. Oh, Dost. Aber ich erinnere mich gar nicht davon. Ich erinnere mich dieses Ort, aber es fühlt sich, dass es mehr als ein Jahr ist. Es bedeutet nur, dass Dinge nicht so wie sie sehen sind. Explore die Stadt weiter, Dost. Lass uns sehen, welche Erinnerungen es schüttet. Okay. Let's check it out. Let's check it out, girls. Let's check it out. Da will ich rein. Let's check it out. Das ist mein Haus bestimmt. Ginger, sie schliefte hier. Auf der Nacht kam ich, zu sagen, Gehreie. Aber ich habe es geholfen. Ich wollte sie nicht wundern. Ich wollte sie nicht über mich überraschen. Sie konnte nicht wissen, was ich zu tun. Dost? Was hast du gesagt? Ich wusste nicht, dass ich mich so wie Itachi Ushia war. Du meinst, dass du... Aber wie? Was ist hier passiert? Ich... Ich erinnere mich jetzt. Aber wie? Wie kann ich mir helfen, diese Stadt zu zerstören, aber ich bin eine Wiktion des gleichen Aktes? Das ist unmöglich. Nur unmöglich für eine Kreatur mit einem einzigen Seelen. Ginger. Die Augen. Ich weiß, dass sie Augen. Also, Mithrarin, du hast endlich die Wahrheit gesehen. Ich war da bestimmt gebrainwashed. Ich bin Meldr Greyeyeis, Leider der Moonblood-Leistungen. Was ist von ihnen, das ist? Was bedeutet, dass ich endlich die Wahrheit gesehen habe? Was wissen Sie über mich? His eyes, Elder. They are Jin's eyes. They do look remarkably similar to your brothers, yes. That is because his soul lives on with their dust. Brainfuck. Was? However, to suit our needs, we required two souls. The soul of Innocence is a noble thing, but without skill, without power, dust would have been struck down just as easily as your brother was on that fated day. No. So, we combined your brother's soul with that of his murderer, Der Royal Assassin, known as Cassius. Sie perished at the same time, forever entwined. Never before had I heard of such an event. You murderer! My parents did nothing wrong! You have been deceived, little one. Your parents turned against their king. An act of pure treason. What resistance there was, was led by your family alone. You destroyed my village. Murdered my friends and family. You will not survive this day. I take no joy in slaughtering one as young as you, child. But you have forced my hand. A grave injustice was done that day. Cassius murdered a defenseless djinn. But his pride and arrogance proved to be his undoing. But how, how can this, this thing be my brother? It's not possible. I couldn't even remember you when we met. You are djinn, yes. But you are also Cassius. Two souls, forever at odds. One of innocence, one of power. Together you form the one we call Mithrarin. He who is born of the dust. I never knew what happened. Jin just disappeared one night. I had always hoped he would turn up alive some, that he would come back. But, could you really be him? Of course. Jin, I don't know, I... Now dust, I imagine you have many questions. Please, do not hesitate to ask them. I have no more questions. What now? Time West. You must join us in the Moonblood camp to the north, in the Everdon Basin. That isn't anywhere near the Everdon Volcanoes, is it? They are one and the same, yes? Well, that's fantastic. Volcano? Indeed. What a better place to hide than in the most... Oh, I know. How about a peaceful meadow? Or a quiet forest? Or some place that doesn't explode? Dust, your friend seems awfully tense. No, I'm fine. Come on, let's go to the... Fidget, you need... I'll have faith in you, when you have faith in yourself. I am... You see? You still have... Fidget, please calm down. You mustn't test... I just... Halt's Maul, man. We mustn't just go to the mountain. Fidget, you have stood by Dust's side for this entire journey. You have watched him save this world. I just don't get it. It doesn't matter who you think he is. He's Dust. That's who he is. Fidget, please. I can... Can you... Can you... I said... I'm sorry. I just... And it won't be the last time. Are you ready? I am. Then we will meet you in the Everdorn-Base. Goodbye, Dust. Weeeeee... Have we now closed the ice area too, or what, bitches? Well, well, well. Look at this, look at this, assholes. Ah. Bing! General Gaius? What news, Commander? I did not want to believe it, but Cassius is working with the Moonbloods. He has turned against us. That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Of that I am certain. Is that... Wise? Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them ten to one. We possess superior technology. But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a true... Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind. Forced him to commit these acts ag... Cassius, my own friend, so long as you draw breath, I will do what I can to save you. Yeah, I will give the guy his thing to save you, bro. Where is that? Here, right? Is that... That's so super wrong here. Ah, shit. I'll just go to the top. Chapter 5. Legenda. Let's go. Who goes... Oh, it's you. Oh. No, you're much faster than me. I'm the fastest. I'm the fastest. We welcome your presence, Sen Mithrarin. Preparations for war. Well, I'm here now. We're spread rather thin. Our chief engineer, Son Jin, is having trouble with our... There's a... Ah, I'm having trouble with that. What's going on, dude? Ginger? Jin? Yeah, just... I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about... Yes? What was he like? He was very kind. I like him already. Yes, he had that effect on people. Aro was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. And you listen to Jin? Yeah, he's kinda... He is. Or at least he was. No, Ginger, I think... But what of your other half? Cassius... I feel his... I feel his... I'm not lying. Perhaps... Maybe... I know. The story is going to be like a mess. Be careful. Hau rein, dude. Ping. It's good. Ding. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Muss ich hoch? Muss ich runter? Muss ich links? Muss ich rechts? Hier muss irgendwo so ein Spaß mit einem Blatt auf dem Kopf sein oder nicht? Okay. Na, hier ist ja viel los, muss ich sagen. Oh, good day! What? Ein Geist! Oh, hallo! F.A.S. Drops wegen der Dicken Lava! Kettricht! Was hab ich jetzt bekommen? Ja, Kiris Bericht, das ist schön. Und? Nur das Bessere schneide ich aber nicht. Ach, das ist Futter. Okay. Well, well, well. Bergmantelbauplan. Okay. Hm. Habe ich keinen gelben Resonanzstein for real? Ich dachte, ich hätte einen. Skandaliösös! Was? Oh. Stirb, junger Padawan! Der nächste. Der den Tod begrüßt. Und noch mehr von denen. Der den Tod begrüßt. Der den Tod grüßt. Und noch mehr von denen. Und noch mehr von denen. Soooo... Verzwiebelt euch mal von meiner Seite hier. Gelutscher! Kann ich mit dem quatschen? Aber ich glaube, der hat nichts für mich, oder? Ah, du hast nur in Zeit gekommen, Mithrarin. Mein Name ist Sanji. Ich bin, was du nennen würdest, äh, Chief Engineer, ich glaube. Der Älter hat dich erwähnt? Ja, in der Kavernien unterhalb haben wir Maschinerie gelegt, um das Camp mit Power und Wasser zu verbreiten. Leider habe ich mich eher beobachtet, um das Kampf zu beantworten. Sicher, Sanji. Danke. Das war jetzt aber nicht so cool, glaube ich. Ich will jetzt nicht unbedingt in der Lava crepieren. Okay. Holy crap. Das war richtig gut. Das ist als erwartet, eigentlich. Nice, 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 nice. Alter. Was ein Level-Design. Das ist ja so, nur so ein Penis. Oh mein Gott, Mann. Ist du dich wieder runtergefallen? What the fuck? So. Jetzt schwimmen wir da aber richtig drauf. Na, also. Kein Ding für ein King. Well, there's the Generator. I sense no energy emanating from the device dust. Oh. Well, 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 we're here. The camp should live... ...we're here to sit with you. Where would I... ...probably still be wandering around in the... Wait, what? Haha, what I meant to say... Okay, cool. Äh, wir haben den ersten Generator angemacht. Wir werden jetzt in der nächsten Folge uns zum zweiten aufmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine geilen Pelikaner. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ihr seid übel geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Vielen Dank.